An der Seite wird auch aufgebaut, sie greifen die Hände und jetzt gibt es einen Count, ich sage ready, one, two, down, up. Die Mädels hier unten pushen Mella nach oben, du bleibst erstmal in den Knien stehen und wenn es dann ab heißt, dann streckst du dich und drückst die Arme über dich aus. Okay, muskulär geht das. Genau. Bereit, ready? One, two, down, up. Oh, das ging ja, das ging ja vollkommen in die Hände.